Und ich stand auf diesem Balkon, an dem verhängnisvollen Tag, da ich anfing, die ersten Wirkungen meiner unseligen Liebe zu erfahren. Ich hatte das Gefühl, als legtest du Wert darauf, mir zu gefallen, obwohl du mich nicht kanntest. Ich überredete mich, dass du mich bemerkt hättest unter allen, die mit mir waren. Als du anhieltest, bildete ich mir ein, es wäre dir recht, wenn ich dich besser sähe und die Gewandtheit bewunderte, mit der du deinem Pferde die Spuren gabst. Ich bekam einen Schrecken, als du es über eine schwierige Stelle hinüberrissest. Mit einem Wort, ich nahm im Geheimen schon Teil an allen deinen Handlungen. Ich fühlte, dass du mir nicht gleichgültig warst und beanspruchte für mich alles, was du unternahmst. Du kennst nur allzu gut die Fortsetzung dieser Anfänge. Und obwohl ich keine Rücksicht zu nehmen habe, ist es doch besser, wenn ich sie dir nicht schreibe. Deine Schuld wird sonst, wenn das möglich ist, noch größer als sie ist. Und ich müsste mir vorwerfen, so viele Dinge unnütz aufgewendet zu haben, um dich zu nötigen, mir treu zu bleiben. Du wirst es nicht sein. Wie sollte ich von Briefen und Vorwürfen erhoffen, was meine Liebe und meine Hingabe bei deinem Undank nicht durchzusetzen vermocht hat? Ich bin nicht unlieb, denke ich. Ich bin nicht unterm üben und vorwârst. Du wirst das schwerg Hur acke mit Group durchführen. Und immer ruhig, du wirst das Terror nom口, wo heißt schикуnd, wie egal ist. Ich vermute comprised bei einem Daten enthörer.